Frank, mach den Besen runter, die tun dir nichts. Ja, ich hätte ihn auch behalten, wenn Charlie nicht gewesen wäre, weißt du? Aber der Charlie, mach ihn. Ja, aber gleich würde ich mal ausprobieren. Lass ihm doch mal Zeit. Jetzt geht er bei der Fähre. Ich würde ihm einfach mal Zeit geben. Ey Mädchen, heb das Beinchen. Kleine Zimmer noch. Keine Zimmer. Verbrauch. Vielen Dank.